Wir sind bei der Turnwagenlegende hier in Oschersleben und wir hatten erstens viel Spaß. Wir haben lecker gegrillt. Du hast da das beste Fleisch mitgebracht. Der BMW M3 war super vorbereitet und hier in dem ganzen Team der Turnwagenlegende herrscht eine ganz tolle Atmosphäre. Eine richtige familiäre Atmosphäre und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, es ist also super. Es gibt ja hier ein schönes Zelt. Da trifft man sich, da isst man miteinander, Plauscht so von alten Zeiten und das sind alles Riesenkumpel aus der damaligen Zeit. So untereinander, die ganzen Fans und Stars. Das ist so eine Vermischung von beiden Gruppen. Und so sitzen wir auch abends zusammen und es ist eine unglaublich tolle Stimmung mit den Leuten. Alleine dafür würde man kommen. Da brauchst du gar kein Rennen fahren. Untertitelung des ZDF, 2020